So Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon, zweifelsfrei erkennbar, wir sind im Peckwitz. Haben wir uns das erste Wochenende im August, so wie da offen ist, haben wir uns gegönnt und gedacht, fahren wir mal hin. Und ja, ich danke mal, ich habe die eine oder andere Szene für euch einfangen können. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht am Ende einen Daumen zu lassen. Und wer noch nicht hat ein kostenloses Abo, ist immer ein Dankeschön an mich für meine Arbeit. Gut, dann wollen wir mal gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ok, das ist der letzte Easy peasy war das Habt ihr Ausfahrt länger gezogen oder was? Es gab nicht beim Hecht Statt inspirieren Regeln. convictions sind Gew겼 Bis zum nächsten Mal. Ah ja, der wird schon matschig. Boris tanzt den Matsch-Tango. Ja, tief ist er nicht, aber matschig. Nicht mit meinen Rädern. Kannst du bitte einmachen? Du Mississippi-Dampfer. Oh. Oh. Ah, guck mal. Ich fahr da nicht rein. Bist du verrückt? Der saugt ab. Der saugt an, hat er erzählt vorhin. Und jetzt? Ja, da ist er. Ja, man kennt ihn. Ja, hier vorne ist nicht so doll. Hier vorne ist immer noch das Loch, Micha. Hast du gesehen. Oh, rechts? Da ist auch das Loch. Oder willst du raus? Ich würde sagen ja. Ich habe es im letzten Video irgendwo gesehen. Da hinten. Aber hier müsste es ja so sein eigentlich. Ah, ja, ja. Da ist es. Ja, wie tief ist das? Ich würde sagen maximal Rädertiefe. Siehst du ja, wenn du vorwärts reinfährst. Dann komme ich nicht mehr raus. Klar. Du musst nur wieder schön an die Seite, wie du sonst auch mal gefahren bist. Genau, neben der Spur. Rädertiefe. Ja, guck mal. Hier ist also knapp ein Rad tief. Gut, jetzt sind die Socken nass. Ja, egal. Oh, ist doch kalt. Oh, ist doch kalt. Ja. Ja, du bist schon durch hier fast. Oh, mein Arzt. Jawoll, weiter. Schaffst du. Jawoll, komm schon hoch. Siehst du. Einmal frei. Frei ist mein Arzt. Das ist morgens um halb zwölf in Deutschland. Ist das langsam oder schnell? Oh, langsam. Das ist langsam. Da geht's auf. War richtig? Das ist ein Arzt. Ja. Ah, mein Arsch! Papa! Ah, danke! Jetzt ist dein ganzer Arsch da. Immer hätte meine Füße dran. Ich habe auch neue Füße. Ja, mein Arsch ist das? Mein Gott fällt da aus. Das fühlt sich eher als ob ich eingepickelt hätte. Danke! Da war ein richtiges Loch in der Mitte. Micha, hast du heute deine Warthose mit? Sehr schön! Ja, guck mal da! Da ist das Loch! Da hatten wir das letzte Mal schon erschrocken! Jawohl! Rennst du da auch rein, Struffi? Das ist jetzt der Sack! Hast du richtig gehört? Plopp, plopp! Rennst du in der Bauchhöhle verschwunden! Spur, ne? Was geht aber? Ja, ja, geht! Kein Thema! Das ist richtig schmierig! Das ist kalt als Wasser, ja! Das ist richtig, richtig kalt! Das ist arschkalt! Nicht so gut, oder was? Nicht so gut! Ich habe ein Gästchen versenkt, das langt! Jetzt! Ja, genau so! Jetzt willst du links rum? Ja, sah nicht so schlimm aus! Also der war nicht immer knietief weg! Ja, fahr seitlich! Fahr am Rand! Da ist ein Loch drin! Aber auch noch ein kleines! Ja! Da ist das wirklich krass! Wacken, da ist das doch krass! Wacken, da ist das! Wacken! Wacken, da ist das doch krass! das war mal Ja, das ist breit, oder? Ja, das ist ein Video. Ja. Ja. Ja! Vier. Ja. Da kommt Boris wieder der alte Wellenreiter, der macht einen richtigen Abgang da vorne das Ding. Da ist ein richtiges Loch drin. So muss das sein und da ist wieder das Loch, was ich gerade geschwommen habe. Zack, guck mal wie tief die Karre weg ist. Spuddelkind! Spirus auf Spuddelkind! 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 danke danke ja es hat Spaß gemacht und ich wollte es alter alter der Riemen ist geil meine Rote 3 2 5 4 5 5 5 6 7 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Janis Hier ist ein Loch, hier unten Da ist ein Loch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020